Wir sind von hier oben sehr ausdrucksstarke Tanzeinlagen gesehen und da stellt sich natürlich die Frage, wie kommt das, was wird da adaptiert? Ganz klar, der Hüftschwung der Musik der 50er Jahre ganz wichtig ist und wer hat den erfunden? Kleine Quizfrage, diesmal ist die Antwort nicht Wurst, wer war das? Wer hat den Hüftschwung im Rock'n'Roll erfunden, ne? Richtig! Nee, das war später. Hier unten richtig beantwortet, Elvis. Und deswegen spielen wir jetzt Musik von eben diesem Mann und ihr seid jetzt angehalten, die Hüfte ein bisschen für uns zu schwingen. Wir sind sehr gespannt. Hört mal auf den Rhythmus von unserem Alex. Lasst es einfach zu, wir sind sehr gespannt, alle. Und tänz euch alles aus euch raus. Auch wenn es Sonntag ist und es ist noch hell. Kriegt keiner mit, wir sagen nichts. Oh, es ist so, 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 es ist so. Ich bin sehr gespannt. Oh, es ist so, es ist so, es ist so, es ist so. Ich bin sehr gespannt. Das war's für heute. Musik